Shiny Flakes dürfte für die meisten von euch ein Begriff sein. Bekannt wurde er als Kinderzimmer-Dealer durch die Netflix-Doku The Teenage Drug Lord. Für alle, die ihn nicht kennen, Shiny Flakes hat aus seinem Kinderzimmer heraus fast eine Tonne Drogen online verkauft. Er wurde 2015 dann verhaftet und zu sieben Jahren Haft verurteilt. Ja, und die Doku, aus der er bekannt ist, The Teenage Drug Lord, auf Netflix, die kam 2021 raus. Und schon in der Doku hat ein ehemaliger LKA-Beamter gesagt, dass da wohl noch was im Busch ist und das eventuell nochmal gegen Shiny ermittelt wird. Ja, und lange war es ruhig um Maximilian S., aber jetzt muss er sich erneut vor Gericht wegen bandenmäßigen Drogenhandel verantworten. Und was es damit auf sich hat, ob Shiny Flakes tatsächlich nochmal einen Online-Drogenshop eröffnet hat. Und wie die Hintergründe dazu sind, das erfahrt ihr in diesem Video. An der Stelle eine ganz kleine Unterbrechung. Ich möchte euch ein neues Projekt vorstellen und zwar Digital MindLab. Was ist das Ganze? Ich bin schon seit einer Weile dabei, einen Online-Kurs in Sachen Cyber Security, Privatsphäre und so weiter zu entwickeln. Und in diesem Online-Kurs zeige ich euch, wie ihr sicher und auch privat im Internet unterwegs sein könnt. Und ich zeige euch auch, vor welchen Betrugsmaschen ihr aufpassen müsst und wie ihr Betrüger erkennt und wie ihr euch schützt. Und wenn euch das ganze Thema interessiert und ihr Interesse an so einem Kurs habt, dann könnt ihr euch jetzt auf digitalmindlab.de schon mal in den Newsletter eintragen. Und dann bekommt ihr immer Neuigkeiten, wenn es neuen Content gibt, wenn das Ganze veröffentlicht wird. Und ich glaube, das wird ganz cool, weil wir haben da auch so einen kleinen Community-Gedanken dahinter, dass wir uns alle gegenseitig helfen. Ich wollte es nur kurz anteasern und jetzt geht es weiter mit dem Video. Bevor wir uns angucken, was Shiny Flakes jetzt wieder vorgeworfen wird und warum er sich verantworten muss, gucken wir uns einmal die Geschichte an, für die, die es noch nicht kennen. Maximilian S., aka Shiny Flakes, hat über Jahre hinweg einen sehr großen Online-Drogenshop geleitet. Und dieser Shop hieß ebenfalls Shiny Flakes. Er wurde dann aber 2015 verhaftet. Und mit seinem Bast wurden auch viele Käufer verhaftet bzw. haben Hausdurchsuchungen bekommen. Und Maximilian S. ist ins Gefängnis gewandert und wurde dann im Februar 2019 wieder aus der Haft vorzeitig entlassen. Und dann war es lange ruhig für Maximilian S. bis zum 3. August 2021. Da wurde die Netflix-Doku The Teenage Drug Lord ausgestrahlt. Und Shiny Flakes war in aller Munde. Und zu dieser Zeit ging auch das Gerücht rum, dass er wohl nochmal einen Shop eröffnet haben soll. Und der LKA-Beamte in der Netflix-Doku hat das auch entsprechend angedeutet. Aber keiner konnte sich eigentlich so richtig vorstellen, dass er genau dasselbe nochmal gemacht hat. Er wurde ja schließlich verurteilt zu sieben Jahren, genau wegen solch eines Shops. Und viele dachten, dass die Ermittlungen ins Leere laufen würden. Shiny Flakes hat sich selber nicht dazu geäußert. Und dann war es wieder lange ruhig. Bis zum November 2021. Denn in diesem Monat hat die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Leipzig erneut Anklage gegen Shiny Flakes erhoben. Und zwar wegen bandenmäßigen Drogenhandel. Und im Oktober diesen Jahres hat das Landgericht Leipzig die Anklage zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Shiny Flakes muss sich also wieder vor Gericht verantworten. Konkret wird ihm vorgeworfen, seit November 2018 den Shop candylove.to betrieben zu haben. Und im Zeitraum zwischen April 2019 und Januar 2020 über diesen Shop über 20 Kilogramm an Drogen verkauft zu haben. Das Ganze soll er mit vier Mittätern gemacht haben. Und wenn die Vorwürfe stimmen, dann hat Shiny Flakes bereits aus der Haft heraus wieder einen neuen Shop betrieben. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, und diese Frage wird auch das Gericht zu klären haben, hat Shiny Flakes aka Maximilian S. tatsächlich nochmal einen Online-Drogenshop geleitet? Und ich habe mir das Ganze mal ein bisschen genauer angeguckt und bin dann auch in einem Szeneboard fündig geworden. Und in diesem Fraud bzw. Szeneboard bin ich auf einen User namens Fakestar gestoßen. Und laut seinem Profil war dieser Fakestar Betreiber von candylove.to und einer Seite namens fakestars.to. Und dieser User war seit 2018 in diesem Szeneboard aktiv. Das letzte Mal online war er im Januar 2020. Und ab Februar 2019 hat dieser User mit dem Usernamen Fakestar sogenannte Fake-Tracking-IDs über dieses Board verkauft. Was sind Fake-Tracking-IDs? Das sind DHL-Sendungsverfolgungsnummern, die bei 80% hängen. Und das wird in der Szene genutzt, zum Beispiel um Opfer von Kleinanzeigenbetrug hinhalten zu können. Und diese Fake-Tracking-IDs wurden ebenfalls über den Shop namens fakestar.to verkauft. Und er war eben Admin dieses Shops. Und ab April 2019 hat Fakestar, also der User Fakestar, dann auch den Drogen-Online-Shop candylove.to beworben. Er hat dann in diesem Forum auf Beiträge von Usern geantwortet, die nach bestimmten Substanzen suchen. Und hat darüber eben seinen Shop beworben. Aber relativ schnell gab es dann erste Reports von Usern, die sich beschwert haben, dass Tracking-IDs nicht ankommen, dass Waren nicht ankommen. Und viele haben dann einen RIP bzw. einen Scam vermutet. Und so wie ich das sehe, ist dieser User dann ab Januar 2020 verschwunden. Und auch candylove.to wurde nicht weiter betrieben. Ich habe dann zu der Domain candylove.to ein bisschen Recherche betrieben. Und habe dann gesehen, dass diese Domain dann auf einen Paste-Bin weitergeleitet wurde. Also auf eine Online-Notiz. Und in dieser Online-Notiz kommt ein User zu Wort, der behauptet, der Programmierer von Fakestar gewesen zu sein. Also der, der candylove.to und wahrscheinlich auch fakestar.to programmiert hat. Und er selbst schreibt, hiermit möchte ich über den begründeten Verdacht eines Verschwindens, Ablebens oder Busts informieren. Außerdem informiert er noch die Kunden, dass im Shop keine Adressen im Klartext gespeichert wurden und dass alle Adressen von Kunden verschlüsselt seien. Das heißt, der User Fakestar ist verschwunden. Auch sein Programmierer weiß nicht, wo er ist. Und candylove.to war wohl Geschichte. Und im August 2021 gab es auf diesem Fraudboard dann erste Meldungen, dass Hausdurchsuchungen wegen candylove.to stattgefunden haben. Und genau zu diesem Zeitpunkt wurde auch bekannt, dass wieder gegen Maximilian S. ermittelt wird. Und das legt natürlich nahe, dass Behörden aufgrund dieses Buzz, aufgrund ihrer Ermittlungen, eben doch auch Käufer dieser Plattform identifizieren konnten. Und die große Frage ist jetzt natürlich, war Maximilian S., der Betreiber von Fakestar und candylove.to, war er der User Fakestar? Und rein zeitlich könnte das schon gut zusammenpassen alles. Und es gibt noch ein Edith, denn der User Fakestar hatte als Profilbild den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un. Und auch Shiny Flakes hatte eben diesen Machthaber damals zu seiner Zeit als Profilbild. Außerdem sagte er wohl damals auch bei einem Gerichtsgutachter, dass er den nordkoreanischen Machthaber cool finde. Aber natürlich kann das Profil auch von einem völlig anderen User verwaltet worden sein. Entweder von einem Mittäter oder von einer Person, die die Polizei vielleicht gar nicht erwischt hat. Und jetzt kommt noch was Interessantes, denn offenbar scheinen weder Maximilian S. noch die Behörden Kontrolle über die Domain candylove.to zu haben. Denn diese Domain leitet heute auf einen Marktplatz weiter. Und ruft man diese Domain auf, erhält man eine Onion-Adresse und hinter dieser Onion-Adresse verbirgt sich eben ein Darknet-Marktplatz mit mittlerweile über 100.000 Usern. Da drängt sich jetzt natürlich die Frage auf, wer kontrolliert die Domain eigentlich? Wer steckt hinter diesem Darknet-Marktplatz? Und haben die Behörden wirklich alle Beteiligten erwischt? Es sieht meiner Meinung nach nicht so aus, denn dieser Marktplatz operiert weiterhin. Alles sehr undurchsichtig und die Gerichte werden jetzt die Aufgabe haben, zu entscheiden und auch herauszufinden, ob und wie Maximilian S. hier beteiligt war. Eine Sache möchte ich aber noch ganz klar sagen. Bis zur Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Und ich möchte hier auch auf gar keinen Fall vorverurteilen und bitte euch da auch objektiv an die Sache ranzugehen. Der Prozessstart war ursprünglich für den 2. Dezember diesen Jahres geplant, aber das kam jetzt raus. Die Behörden haben dem Gericht wohl neue, umfangreiche Beweismittel übermittelt. Und deswegen verschiebt sich der Prozessstart, die Eröffnung der Hauptverhandlung, auf den 11. Januar 2023. Bin sehr gespannt, wie die Sache ausgeht. Ob er nochmal wegen bandenmäßigen Drogenhandel verurteilt wird. Wenn er nochmal verurteilt wird, dann denke ich, werden wir eine ziemlich hohe Strafe sehen. Denn er ist ja Wiederholungstäter, hat genau dasselbe schon mal gemacht. Aber das bleibt abzuwarten. Ja Leute, ich hoffe, das war ein interessantes Video für euch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder auch einen Kommentar. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und ich würde sagen, gerade bleiben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.